Eingebettet in die sanften Hügel der Nockberge ruht das charmante Bergdorf Bad Klein-Kirchheim. Ringsum die unberührten Berggipfel des Nationalparks Nockberge, Heimat wilder Tiere und seltener Pflanzen. Fast unscheinbar, aber der Star der Nockberge ist die Speikpflanze. Dieses besondere Baldrian-Gewächs gedeiht nur hier und prägt die Landschaft. Geehrt wird die nützliche Pflanze beim jährlichen Kinder- und Familienspeikfest. Dabei kann man Wissenswertes über das alten Baldrian erfahren. Das bunte Rahmenprogramm und viele Spiele machen das Fest zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Schönheit und langes Leben sind die besonderen Schwerpunkte dieser Region. Die blühenden Almen und kristallklaren Seen laden ein, erwandert zu werden. Körperliche Ertüchtigung und die reine Luft kräftigen und heilen hier seit Jahrhunderten. Musik Die Nockalmstraße schlängelt sich gemächlich durch die unverwechselbare Formation der Berge. Die Nockalmstraße Hier befindet sich das Kahlbad. Hier wird noch wie vor 300 Jahren auf traditionelle Weise das Badewasser in den historischen Trögen mit mineralhaltigen Steinen des Hochgebirges erhitzt. Musik In dieser heilenden Landschaft hat die Badekultur Tradition. So ist Bad Kleinkirchheim schon seit dem 17. Jahrhundert als Badekurort bekannt. Die heilenden Quellen speisen auch heute noch das Römerbad. Musik Das moderne Thermalbad mit seinem großzügigen Wellnessbereich bietet nicht nur Heilung, sondern auch genussvolle Entspannung. Um die positive Wirkung des Zirbenholzes weiß man in den Nockbergen schon lang. Mit dem größten Zirbenbestand der Ostalpen liefern die Nockberge das Rohmaterial für die vielen Zirbenstuben. Zirbenholz wird auch in Almhüten als Stuben oder in Zimmern verwendet. Sie bieten ein besonderes Ambiente für exklusive Gaumenfreuden der Haubengastronomie. Traditionell Bodenständiges aus dem eigenen Betrieb wird in den Buschenschanken serviert. Eine urige Brettljause stärkt für neue Erkundungen der wunderschönen Nockberge rund um Bad Kleinkirchheim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017